Hey ho herzlich willkommen zurück zum metro exodus und weiter geht's vielen dank fürs einschalten Ich gucke ich jetzt gerade mal hier lang ihr sieht gut aus da schon wieder so ein zischen Ich sag euch das sind irgendwo schlangen in dem ganzen Gewächsgewuchs Habe ich hier alles nachgelangt? Nein Okay gut zu wissen Oh Hi da ist er Mein Rucksack Das ist mein Rucksack ne Okay Nein Als ob man den jetzt erschießen könnte Was musst du ihm sagen Was musst du ihm sagen Die sind nicht so schlimm glaube ich Die sind nicht so schlimm glaube ich So aber ich hab ja Rucksack wieder Das ist schon mal ein gutes Ding Da ist er auch mit meinen Waffen Ne ne Die nutzen hier keine Schusswaffen ne oder Haben die Schusswaffen vorhin benutzt? Ich weiß nicht Oh wir können jetzt auch wieder Warte mal erstmal holen wir uns hier die Medikills Aufpassen wegen unserer Ressourcen Munition Sind das die Pfeile? Ja Wie viel kostet mich das? Oh 10 Ah passt 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 10 16 Pfeile ist erstmal gut Da ist unsere neue Waffe Die finde ich ja Astrein Und jetzt können wir die auch Okay Wahrscheinlich können wir jetzt auch Mods aufsammeln Da wir jetzt unseren Rucksack haben Wo wir die reinpacken können Ja hier was wollen wir denn damit Kleines Magazin Hier mittleres So Was ist das hier? Roter Laser Oh den nehme ich gerne Kein Gerät Weniger Geräte Weniger Probleme Ne 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 Laserpointer Laserpointer tue ich gerne mit drauf Aber wir könnten Nicht Doch wir könnten das Visier wechseln Ja ich weiß es nicht Ich lasse erstmal drauf Ich hätte gerne das Vierfachvisier oder so Und nicht das Das hier Das Nachtsichtdingen Aber ich lasse es doch erstmal drauf Okay Ja gut das war es erstmal Pack wieder weg Pack wieder weg Hab ich gesagt So Dich lassen mal Ich glaub die sind nicht so übel oder? Hier sind noch mehr Wir gucken mal Die nächsten greifen wir nicht an Wir warten bis die zuerst angreifen Vielleicht wollen die gar nicht Aber die haben uns ja gefangen Wir gehen hier durch Das ist ne Fliege Warte was war das? Die Dose Pfff Ansonsten Wenn wir uns unsicher sind Was die genau wollen Könnten wir Das Laserdingens ist cool Das ist richtig gut Könnten wir ja auch Die ausnogen alle Ohne meine Pfeile Können wir nicht irgendwelche Betäubungspfeile haben? Oha Haben die mich gesehen? Oha Die kommen Speichereimer 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 Müssen uns aber gleich beeilen Wenn die durch sind Eins Zwei Das waren vier Geh weiter Geh weiter Geh weiter Die Sache ist nämlich Da hinten liegt einer Und der ist noch bei Bewusstsein glaube ich Wir sollten jetzt rennen Wir sollten uns beeilen Wo muss ich hin? Was sagt der? Zeit mal bitte Dahin Okay wir laufen ein bisschen schneller Weil wir weiß ob die zurückkommen dann Oh das sieht echt cool aus Oh da oben ist einer Jetzt müssen wir wieder sneaken Das sieht echt gut aus Waffe runter Vielleicht schießen die ja nicht Ich glaube schon Ich glaube schon Wenn die mich sehen Aber ich muss wissen Wohlang ich muss Ich sehe es halt nicht Doch da unten Wenn ich ganz runter gucke Da steht jemand Aber der oben Der sollte Können wir an dem vorbei Können wir an dem vorbei Die klingen auch nicht so fies Scheiße Scheiße ich kann den jetzt nicht ausnoggen Das sieht echt gut aus Das sieht so cool aus Mit diesen Baumhäusern Ich gucke gerade aber Wie ich daran vorbeikomme Scheiße Der sieht mich doch da oben Die Stimme von ihm Wenn ich den da unten ausnogge Die unterhalten sich doch Der ist doch nicht so ein Tap Und checkt das dann nicht Dass ich den da unten ausnogge Wo muss ich denn jetzt hier Hier kann ich auch nicht lang Ja oder ich kletter da hoch Knock den oben erst aus Und dann den da unten Oder ich gucke dass ich Alter ich komme hier nirgends rüber Dass ich hier irgendwie rüber komme Ich könnte hier hoch So ist es nicht Ich muss aber da rein ne Ich muss da rein Nein Habt ihr mich gesehen Verdammt Aber schießen die Ich will einmal testen Ob sie jetzt schießen Schießt ihr Ja natürlich Ja oha Ein Ringling Ein Ringling Ich habe zurückgesetzt Ne ich wollte ja Ich wollte ja nochmal gucken So jetzt ist die Frage Wie machen wir das Der wird da oben noch wahrscheinlich Ne Das checken Ich würde sagen Wir klettern jetzt da hoch Eliminieren den Oder versuchen sogar an den Vorbeizuschleichen Und nehmen die Seilrutsche Hier ist eine Seilrutsche So den kann ich nicht ausnoggen Der checkt das oder Warte mal Jetzt rein theoretisch Check Ich will das wissen Er wird doch nicht so doof sein Als ob Ja ich kann es abmontieren Korrekt Als ob er es echt nicht checkt Oder wo ist er hin Hä Ah er hat es doch gecheckt Okay das finde ich gut So Zack Oh Gott Geht einfach schon los Dabei bin ich noch nicht da Okay Er hat es gecheckt Finde ich super Das ist auch richtig so Jetzt müssen wir nur aufpassen Ich weiß nicht von was ich Vorhin entdeckt wurde Wahrscheinlich bin ich zu weit Nach vorne gegangen So Wenn wir den nach oben ausloggen Kann er unten Jedenfalls nicht so schnell Alarm schlagen Gucken wir mal Hier ist so eine Glocke Wo ist denn hier so eine Glocke Wo schlagen die denn Im Alarm Der ist hier hingegangen Irgendwo ist der hingegangen Das ist eine Glocke Äh als ob ich die jetzt betätige Nee Oder kann ich die deaktivieren Warte das will ich auch einmal wissen Oh Hä Warte ich will jetzt einmal wissen Was passiert Äh ich kann die halt echt aktivieren Äh warum hast du mich gesehen So Leute Ihr habt jetzt eine ganz andere Idee Einen ganz anderen Plan Die sind nämlich total aggro Wisst ihr was wir jetzt machen Den hier Erledigen wir Und den hier Noggen war ganz schnell aus Das habt ihr gesehen Hä Als ob Ja und jetzt machen die die Tür zu Wer Wer schlägt hier die Glocke Da ist keiner mehr Wer Zeig Da ist keiner Als ob da nicht jemand ist Ich glaube ich hab da jemanden gesehen Hä Ich hab den erledigt Hä Hä Der ist hier hingekrabbelt Ist es überhaupt möglich Ist es überhaupt Oh wie viele Mods Ist es Ich muss es noch einmal versuchen Ich will wissen ob es möglich ist Hä Und was ist hier mit dem Baum Warum hat der so eine matschige Textur Das sehe ich ja jetzt erst Hä Hä Okay Man muss aber sagen Ich hab einen interessanten Speicherpunkt Hier gemacht Wo ist der da Hä Ist da noch einer Oder was So Oha Hä Ich bin tot Was ist passiert Was ist passiert So wir klettern jetzt nochmal hoch Und gehen Ich weiß nicht was wir machen Ich weiß es nicht Wir benutzen gleich die Seilbahn Würde ich sagen So mal gucken Hier ist nur einer Es hat keiner gecheckt Oh mein Gott Es hat keiner gecheckt Es hat halt keiner gecheckt Diesmal Ich bin grad so happy Dass das geklappt hat Einmal speichern Oh ich bin grad so happy Da war nix Denkt er Ich hab nur deinen Kollegen Gerade eliminiert Ich müsste den jetzt auch Eigentlich nochmal eliminieren Damit ich da in Ruhe Ah das wär laut Der ist ja grad am basteln Das merken alle Deswegen wurde Alarm ausgelöst Und deswegen bin ich drauf gegangen Weil er es gecheckt hat So Ist mir jetzt egal Ob der Alarm schlägt Aber der ist grad am arbeiten Deswegen Der wird explodieren Wenn ich da irgendwas mache Dann explodiert es da Also ob wir es geschafft haben Hier rein zu sneaken Speichern mal hier An der Stelle Ich find's gerade so nice Okay Wohin muss ich Dahin an sich Aber Oh das ist mir zu offen Ich nehm mal den Weg Oder Das ist alles viel zu offen Oha Was ist das hier Das kann ich jetzt nicht betätigen Das ist ja auch eh irgendwas anderes Das ist glaube ich für dieses Tor Wenn ich den jetzt ausschalte Checken die Leute das Ich würde ihn ja jetzt auch unbedingt Nicht unbedingt mit dem Pfeil ausschalten wollen Ich tue es wenn er sich jetzt umdreht Aber Da hinten sind noch Oh ihr habt es gecheckt Ihr habt mich gesehen Sollen wir jetzt kämpfen Oder sollen wir nochmal Wir können auch meinetwegen kämpfen Hinter mir schießt einer Aber um ehrlich zu sein Will ich versuchen das Sneakchen zu kriegen Wir eliminieren den mal Mal gucken Hä Haben wir den nicht getroffen Oder Steht der da jetzt fest Was auch immer gerade mit dem passiert ist Es wurde Alarm geschlagen Die haben es gecheckt Deswegen versuchen wir jetzt mal hier lang Wenn wir den jetzt hier eliminieren Checkt das irgendjemand Hat keiner gecheckt Okay Haben wir schon mal ein weniger Ohne Alarm zu schlagen Ich würde den Part jetzt ganz gerne Sneakchen kriegen Wenn es möglich ist Da hinten steht noch einer Ich weiß nicht ob sie es checken Haben sie gecheckt Okay das war also unklug Dann lassen wir den da hinten einfach mal In Ruhe Wir können auch hier oben lang Bin ich gerade eben hier unten lang gelaufen Weiß ich nicht Hier haben wir wenigstens Ein bisschen mehr Tarnung Wäre vielleicht gut Wenn wir doch Nacht gehabt hätten Ja ne Oh was ist das denn hier Ist das ein zweiter Eingang Den wir hätten Gehen können Warte mal Wer weiß was da drin ist Haben die Alarm geschlagen Nö ne Was ist denn hier drin Wieder eine Schlange Höre ich Mach mal Licht an Hä was ist das Ich glaube das ist Ja ich sehe es Ich glaube das wäre ein zweiter Eingang Jo Tatsache Das ist ein zweiter Eingang Nehmen wir mit Einmal gucken Ah Das ist interessant Hä Ja ich komme aber hier nicht durch Doch Okay man hätte noch einen kleinen Höhleneingang gehabt Ich glaube davon wurde einmal gesprochen Von dem Eingang ne Ich glaube irgendjemand hatte von dem Eingang hier gesprochen Ich glaube das sollte dann ein Hinweis gewesen sein Ähm Hä Das war die Schlange Sterbe ich jetzt Ich glaube das ist nur ein vorübergehender Zustand Mich hat eine Schlange gebissen Mich hat eine Schlange gebissen Was ist jetzt mit mir Jetzt geht es mir wieder gut Okay Oh das ist eine interessante Erfahrung Okay wir müssen da lang Hier haben wir den Typen ja eliminiert Habt ihr mich gesehen Nein Okay Ich bin mir gerade nicht sicher Falls sie mich jetzt sehen Ist ja auch egal Okay er hat mich nicht gesehen Er hat es nur gedacht Oh okay Oh Ich will diesen Diesen Part hier will ich wenigstens Niki schaffen Sieht ja gut aus Ey Die können doch nicht Was machen Was machen die denn hier Warum werft ihr denn Die Überreste Also das ist ja noch nicht Überreste Das ist ja noch Ein ganzes Ding Hä Hä Ich muss nur auf Klo Jetzt reicht es mir mit euch Wo ist denn hier jemand Hä Wo bist du Hä die Stimme kommt von hier Hä Ich höre die Stimme von hier überall Aber ich sehe niemanden Renn einfach Wenn Wo sind wir denn jetzt Wohin muss ich behaupten Ich muss da hin irgendwo Ey warum kann ich mich kaum noch bewegen Oh da ist jemand Ist mir jetzt egal Oh Warte mal die Nocken war aus So Faustkampf Guter alte Faustkampf So ist mir jetzt egal Hier kann Ja hier ist ja gar keine Was ist das denn hier für ein Dingens Was sind das denn für Umstände Hier kannst du doch gar nicht In Ruhe mal rumschleichen So Hab ich dich Ah wofür haben wir eine Armbrüste Wenn wir sie nicht einsetzen Ach wir haben den jetzt hier An der Wand genäht Okay das ist Das ist Cool gemacht Auf jeden Fall Dass wir den mit so einer Wucht Jetzt gegen die Wand Sag mal Spinnst du Ah das Visier Ich wusste dass das mich nerven wird Hab ich getroffen Oh wow Hä Da war jemand hinter mir Oder Ne Der da oben Ah das Visier Ich wusste dass Das tagsüber zu hell sein wird Ja ich hab das Holz getroffen Ja moin Es wackelt aber auch übel Ich alter ich treff nicht Warum treff ich denn nicht Ich ziel drauf Hä ich treff einfach nicht Ich ziel drauf Hä sieht der Ich treff nicht Ich schieße die ganze Zeit Was ist das denn Das ist Scam So jetzt gehen wir dem mal Erstmal Hallo sagen Ja Das ist nicht meine Schuld Ihr Lesbier Nicht in Ruhe Wo bist du Wie Wie all meine Pfeile Ich zeig das gleich mal Ich Ah verdammt Ich wollte das zeigen Mit den Pfeilen Da hingen nämlich All meine Pfeile Irgendwie drei oder vier Stück Hingen in diesem Pfosten drin Die hab ich gesehen Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder Ah hier sind wir wieder Okay Ähm Aber ich glaub Dann können wir den Jetzt ausschalten Der uns gesehen hat Der müsste Hier irgendwo gestanden Der müsste irgendwo Da ist er Diesmal haben wir ihn Hast irgendjemand gesehen Das hat keiner gesehen Da steht auch noch einer Aber ich weiß nicht Ob der mich sieht Aber ob das jemand sieht Wenn ich den eliminiere Ist jemand Ah ja Als ob ihr gesehen habt Ja genau Ja genau Wer schreit Da oben steht irgendeine Frau Die immer schreit Eindringling Hä Woher kommen die ganzen Frauengeräusche Ey Hallo So letzter Versuch noch sneaky Vorzugehen Wenn es jetzt nicht geht Zerstören wir die halt echt alle Ich glaub wir müssen auch halt In die Mitte Das ist halt so Blöd eigentlich Äh Ja Das wird wahrscheinlich nix Ach ich hab das Licht an Ja moin Ich hab das Licht die ganze Dann Ich muss halt genau hier in die Mitte Das ist so dumm Wo muss ich hier hin Ich muss wahrscheinlich In dieses große Gebäude Kann das sein Jo Tatsache Ich muss da Ja Tatsache Ich muss da oben hin Ja gut Da ist eine Treppe Da ist eine Rutsche Ja ich würd sagen Wir gehen jetzt hier rutsch Oh 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 mein Gott Wir müssen aber da rein Hä ich bin Ich bin nicht tot Warum denkt der Ich wär tot Medikit Okay Hier sollen wir anscheinend hin So gib mir deinen Loot Da ist noch mehr Loot Da ist noch mehr Loot Wo ist deine Waffe da Dankeschön Warte mal Waffe Ruhe Ey Sag mal Woher denn mich jetzt Von da Jo ich seh's Hab ihn Wir könnten hier auch Als ob Na ich schieß daneben So Wisst ihr was Tschüss Und Tschüss Ganz einfach Eindringling Jetzt fängt die wieder an Mit ihrem Eindringling Eindringling Da ist einer Da ist einer Wo ist er denn Da ist er Gib mir erst den Lus Gebt mir erst den Lus Ihr trifft mich eh nicht Ihr trifft mich eh nicht So Punkt Lass mich So wo ist einer Da Ganz ruhig Ganz ruhig Ja getroffen Okay Oha wie viele Hä warum wackelt der denn so Mit dem Visier Ja ich hab getroffen Okay da ist noch einer Warte 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 Neues Magazin Warte warte Oh getroffen Okay okay Oh wir haben eine Errungenschaft Bekommen Boah das war jetzt nicht so schwer Da irgendeinen zu treffen Die stehen ja da alle Oh auch getroffen Der steht einfach wieder auf Oh Nein Jetzt ist er glaube ich Umgefallen Jetzt ist er glaube ich Umgefallen Nein der steht da noch Ey hört doch auf Wo seid ihr denn Jetzt schießen sie auch noch Mit Schießwaffen hier Mit Schießeisen Lad mal nach Ich weiß nicht wo die sind Da Da war einer In dem Durchgang Ich seh halt jetzt gerade Kein Ah Oh mein Leben Medikit Ich glaub hier ist noch einer Da ja Ah ich muss nachladen Wie dumm Hab ich jetzt nachgeladen Ach der hängt da nur Den haben wir eliminiert Der hängt da nur ab Ich sollte mir so eine andere Waffe Noch mitnehmen Aber Jedes Mal wenn ich hier oben bin Schießen sie von allen Seiten Hä Ich Ich seh da keinen Ich frag mich wie die mich Treffen können Zack Da hinten ist einer Jo Ah Da hat sie recht Da hat sie recht Mal gucken Ich lass mir jetzt die Waffe unten Und speichern der Stelle Ach geht nicht Ach der macht's gerade Der speichert sogar gerade Genau da hat sie recht Bin kein Badit Okay die ergeben sich Äh Ich weiß nicht ob wir die Waffe hier aufheben sollen Wir lassen es erstmal noch Wo wär nicht schlecht an sich ne Na komm wir packen uns mal eine Ich muss nur gerade die Waffe unten halten Ah ich kann trotzdem noch sprinten Stimmt da war ja was Ja gib mir mal hier irgendeine Okay wir können jetzt wechseln Ah hier ist die Armbrust Okay gut Dann weiß ich Bescheid Die können wir jetzt auch noch mitnehmen Dann müssten wir zwei haben oder Also drei insgesamt Zack Zack Und die hier Okay Gut wo muss ich denn jetzt hin dann Hier wahrscheinlich in dem Häuschen Ist das Ist hier die Frau drin Die gesagt Die so klug war und gesagt hat Die sollen das Feuer einstellen Da ist auf jeden Fall eine Person Ist das Das ist jetzt nicht unser Kumpel oder Ist das unser Kumpel Was glaubt ihr Schreibt es in den Comments Im nächsten Part geht es weiter Einen schönen Tag bis dahin Bye bye Und ciao